so und da sind wir auch Klappe Felder, wir mussten Felder bauen oder wir wollen oder wir wir müssen das Felder bauen da geht es ja schon runter oh, oh, ach, i oder braucht man bei meintest was? aber sie ist vorbei, ne? wisst ihr was? nee, wissen wir nicht ich wollte gerade hier so befässerung bauen aber dazu bräuchten wir ja erstmal Eimer und dafür brauchen wir auch Stahl was macht der da hinten? wieso fliegt denn der? das ist doch nicht gesund ach so, der kommt angelaufen oh, wie süß mach grad so ähm, wasser wie machen wir am dümmsten Wasser? ähm, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal äh, nee, wir komm, wir bauen unten Felder hin mach hier unten Felder denn, ähm wenn wir das mal ein bisschen ausebnen äh, wir brauchen das mal ein bisschen аusebnen wir müssen jetzt mal ein bisschen ausebnen so, ich kann das mal ein bisschen ausebnen aber, dass wir hier so befinden so, ich bin ein bisschen ausebnen protektet sollte der wahrscheinlich doch erstmal reichen oder vom stein was ich natürlich macht denn da das da so und hier wenn wir nämlich da jetzt ein bisschen sand hin bauen und der was wird denn dazu verwendet da denn fällt aufzubauen jürgen was das gefährlich so jetzt brauchen wir noch eine hole wie auch immer die noch mal die gegen hoffentlich genauso wie bei meint ja perfekt so jetzt wird mal die samen holen würden wir noch mal nach oben kommen habe ich dabei doch ich habe dabei so left the game also jetzt auf jeden fall schon mal in der englischen community unterwegs was wir noch brauchen ist das da damit wir noch ein bisschen baumwolle ja anlegen können wir um denn unser bett zu bauen so okay haben wir schon so kein feld gar nicht mal so schlimm so dann können wir schon bei unserem haus weitermachen und zwar möchte ich ein zwei drei was drei ne ja drei von der tür aus da ein zwei drei hier ist die mauer ich wollte mich praktisch an dem haus dran vorbei noch einen kleinen eingang bauen wo es dann runter geht aber da werden wir uns doch erstmal an unsere andere höhle gehalten haben wir bereits angefangen vielleicht kommen wir da relativ zeitnah auf verwandtschaft sage ich jetzt mal der übleren art danke für die blumen gott gleich drei stück hier ja ist ja weihnachten alle so hühner und haus interessieren mich nicht boah wirst du wirst du gar nicht was ich ihm sagen soll ok wir wollen es erstmal runter nein ich habe eine fackel abgebaut was tue ich denn da das gibt es doch gar nicht doch bei rohler habe ich die fackel aufgesammelt die fackel müsste hier noch ein wohl sein na gut ich baue erstmal hier ein bisschen schimpf gut auf la 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 dankeschön dankeschön gras brauchen wir gerade nicht das haben wir wieder aufbauen und daher geht es dann nämlich das ist ja voll arzt sich elektronisch ja komm rennen damit ihr ja ich hoffe wir finden wieder heißen ist mir sowieso gerade alles ein bisschen zu dumm wir machen wir noch ein bisschen damit man sich ein bisschen freier bewegen kann quasi kennt man ja man würde sich ja nicht bei jedem schritt die kopf stoßen ist nicht sehr gesund habe ich gehört in meine schlag auf mit der kopf erhöhte das denkvermögen da zieht die stirn aber nicht dazu das erhöht höchstens die latenz kohle das war nicht das was ich gerade suche da kann ruhig draußen bleiben ja man möge sich über meine grammatik bitte nicht beschweren ich bin halt kein engländer alles was ich kann mit small talk hey lady you are sexy ist deutsch und dunkel hier und meine eisenspitzhacke ist hier schon wieder leer darf ich mich gleich wieder mit so einer kacken steinhacke rumschmettern H Pensel oh my goodness fuck eh did får ich mich für dich z shown mit profits förorda zusammen ich vermelle das nein ich vermelle es Einmal bedenken, gleich raus. Ja, wir müssen uns jetzt wieder eine Stein-Kacke hier erbasteln. Dankeschön, Dankeschön. So, ist ja auch ein deutscher Main-Test-Server, darf man nicht vergessen. Ich muss mich also für nichts schämen. Da oben ist Eisen, ich glaube es nicht. Wir sollten wohl also erstmal auf dem Level bleiben. Das scheint es ja wohl hier noch ein bisschen, ähm, ja, was zu geben. Bitte darauf, bitte, danke. Wo ist der denn unterwegs? Ist der gerade in eine Höhle gefallen oder was? Oder geht der gerade absichtlich in eine Höhle? Komm, wir machen hier mal ein bisschen Fackel hin, ne? Kann nicht schaden. Sonst spukt sie gleich. Wir haben ja vorhin schon gewisse Geräusche vernommen. Die geht jetzt unter mir. Ach! Oh, hi! So, schön als Eisen hier abbauen. Hallo, ich bin hier. Yes, I'll see you again. So. Gut, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Stein in die Hand und klopfen mal weiter. Eisen! Ähm, was macht der denn da? Der kann mir doch doch nicht alles vor der Nase zubauen. So, was macht man noch nicht? So, hier waren wir. Achso, ja, das ist der Raum, wo wir gerade hier nach oben... Obsidi. Das war jetzt... Äh, mein Fehler. So. Okay. Ähm... Gut, ich will den jetzt nicht hier untergraben. Von daher habe ich mal freundlich an ihm dran vorbei. Äh... So. Der steht ja da wie bestätigt abgeholt. Ich glaube es ja nicht. Der hat das wohl nicht so mit der Lebensfreude, ne? Nicht hier so rumtanschen und der, die Dancing und sowas. Digga, man muss doch Spaß im Leben haben. Fuck! Ich habe doch keinen Spaß mehr. Scheiß, Hacke. Hacke, weil hier alles ja nicht mehr normal. Wir sind schon wieder fast voll. Fuck the shit, I'm out. Und... Wir haben Hunger. I barely have a pickaxe left. But my is done with the world. So, gut. Äh, wir gehen das mal ein bisschen auslagern hier. So, dann kommt man hier weg. Tun wir mal hier ein bisschen... Bisschen outsourcen, ne? Kennt man ja. So, da, 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 bam, bam. Okay. Wir können auch mit da mal wieder ein paar Bäume abschlachten. Ähm... Ansonsten... Na, die Bäume können ja erstmal stehenbleiben. Die stören erstmal keinem. Ist es hier wieder ein bisschen begrünt. Ist auch ganz vorteilhaft, wenn man hier vom Balkon aus guckt. Da hat man zumindest ein bisschen... Ja, ich sag mal Atmosphäre. Ähm... 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 Was ist das hier? Auch der schon, da kann da rinne. Der kann da sowieso auch rinne. Das brauchen wir eigentlich sowieso gar nicht. Ähm... Naja, ansonsten... Alles andere kommt dann in meine anderen Kisten. Oh, hier kommt die ganze Gruppe rein. Ähm... Wobei, da können wir auch ein bisschen aussourcen. Brauchen wir nicht. The chest outside are for share. Ich hoffe, ich habe richtig geschrieben. Also, auf Deutsch, die Kisten draußen, die sind halt zum Verteilen halt gedacht. Fürs Sharing. Damit er Bescheid weiß. Äh... So, ansonsten... Kommt das da rein, das kommt da rein, das, das... Da, 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 bloß. Äh... Dich behalten wir. Das kommt da rein. Das kommt nach... Ich kann wirklich draußen entschmeißen. Da, da, da... Nee, den mach mal mit. Du bist mein Baumaterial unten. Ähm... Okay. Gut, ansonsten... Alles andere... Jetzt sieht es auch schon wesentlich ordentlicher aus hier im Inventar. Das kann man so machen. Nein, nein. Das ist vollkommen falsche Kiste. Kommt bitte beides da rein. Da rein. Dankeschön. Bumm. Bumm. So. Dann gehen wir mal wieder in die Höhle. Ach so, siehst du, wir hätten gleich mal das Eis in den Ofen schmeißen können, aber... Why? Können wir noch ein bisschen warten? Katze tot. Können wir noch ein bisschen warten? Äh, 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 äh. Das ist ein Gockel hier, ey. Das hätte ich mir normal gehabt. Hier, Ronimo! So, weiter Text. Bisher weiß ich, ich werde erstmal keine Aufnahmepause machen. Das ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Von daher, man sieht sich, denn... Wahrscheinlich, schau mit v. Bis zum nächsten Mal.